So liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin diesmal der Killer. Yeah. Richtig. Du da. Genau du da. Komm mal mit. Okay. Okay. Mit Grußschreibtaste kannst du sprinten, ne? Also das funktioniert. Aber würde ich nicht machen. Wird mal nicht zu leicht gesehen, ne? Okay. Alright Baby. Ich bin der Killer. Und ich werde euch holen. So mach mal dasselbe wie ich, nur woanders. Wie geht denn das? Mit C. Ohr und mit Steuerung. Je nachdem. Weil wir müssen ein bisschen mit Köpfchen spielen. Ja. Und das werden wir jetzt hier auch machen. Hoffe ich zumindest. Wenn man eins hätte. Im Kopf hat jeder. Ja. Aber ob was das im Kopf geschieht. So und wir machen das jetzt hierbei gleichzeitig, ne? Los. Na er weiß doch wie Generatoren gehen, Junge. Ah, lass uns das mal so machen. Setz mal das mit dem Kreis. Ist schwer, ne? Genau auf den Takt. Ah, ah, weiter. Oder weg gehen. Alter, was ist da was? So, ihr Kleinen. Mäuschen, wo seid ihr denn? Die? Nicht da. Ach so. Gedacht, ey. Na denkt. Das ist schlecht. Schlecht für mich, wenn ihr denkt. Nein! Bitte, verschont mich. Ich komme. Und dich zu holen. Das ist nicht deine Ernst. Ich habe noch Frauen und Kinder, bitte, verschont mich. Ja genau, lass mich liegen im Dreck. Ich habe jetzt einen Fehler. Kann man dich bestechen? Ja. 5 Euro? Ne. Nein? Es geht ja um dein Leben. Wie bietest du für dein Leben? Oh ja. Martin, Martin, nicht. Ne, die kannst du wieder einpacken. Die will ich nicht. Dankeschön. So. Ja. Was, Dankeschön. Wie machen wir das jetzt? Ach nix. Gefällt dir mein Kleidungsstil? So, Krawatte. Ähm. Okay, tschüss. Ist echt so ein miesling und lässt dich hier hängen? Oh, shit. Oh, shit. Nein. Nein. Bitte. Das ist... Sag meine Frau, dass ich sie liebe. Na klar. Sag ich. Und dann... Und dann... Und dann werde ich sie genauso aufhängen, wie ich. Und das Kind... Er kann ruhig in Kindesheim kommen. Kindesheim? Nein. Hä? Okay. Naja. Aber du hast, denke ich, mal gesehen, was ich vorhatte, ne? Ja. Gut. Ach, ey, Alter. Jetzt hab ich hier die Fliege im Raum, die geht mir auf den Sack. Gute Fliege. Wie heißt sie? Fliege. Oh! 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 Hallo? 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 Dieser miese kleine Drecksack. Jeder Gang macht Schlamm. Tschach! Oh nein! Ah! Guck, 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 guck! Ja, ja, ja! Du kannst auch hochgehen und aus dem Fenster springen, wenn er hochkommt. Nee, ich suche ja den Ausgang, der ist ja hier! Ja, ja. Aber dafür musst du ja auch noch hoch. Was nur noch, gell? Vielleicht will er ein Foto mit dir machen. Nicht nett! Nicht nett! Hör auf! Ein kleiner Bengel! Ah! Oh, Onkel! Kannst du dich nicht fünf Meter entfernen? Äh, fünf Meter entfernen? Nixer! Scheiße! Nein! Hör auf! Oh mein Gott! Oh, Alter! Diese Fliege! Ich brauch doch eine Fliegelette! Oh, Alter! Ich leg mich grad ungemein ab! Oh nein! Ja, das war's! Hallo! Na? Komm mal her! Ja! Ja, liebe Freunde! Oh, das war jetzt aber auch ein Krampf! Wird aber einen Haken wiederfinden! Scheiße, Scheiße! Ach, den brauchst du nicht! Wo ist denn hier ein Haken? Keine Ahnung! Verdammt! Nein! Ja! Guck doch nicht nach unten! Vielleicht ist da ein Euro oder so. Ja, 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 ja! Oh, nein! Oh, Mann! Das spielt bestimmt jetzt noch mehr Spiel, ey! Scheiße! Oh, Mann! Das spielt bestimmt jetzt noch mehr Spiel, ey! Scheiße! Oh! Einzige Richtung, wovon der kommen kann, ne? Oder? Guten Tag! Ja. Hast du Glück? Warum Glück? Das war dumm, hier da runterzureden. Nee, war es nicht, weil ich dachte, hier wäre der Ausgang. Lass ihn los. So, ich habe ihn die ganze Zeit gehört. Den Ausgang. Boah, wie kannst du den Ausgang hören? Da ist so ein... So ein... Aus dem kannst du gar nicht den Ausgang nehmen, du brauchst erst mal zwei Generatoren. Also wenn nur noch zwei übrig sind, darf. Die Luke, die Luke. Ja, und die kannst du erst machen, wenn nur noch zwei Generatoren übrig sind. Und es waren aber nur drei übrig. Nein, der war offen. Nein. Okay. Sonst wäre das dann angezeigt gewesen. Deswegen habe ich ja gedacht, du bist an irgendeinem Generator, deswegen bin ich ja da rumgestolpert. Ich habe noch die ganze Wallerei und habe dich gesucht. Ach, geil. War lustig. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Und ich bin mal wieder der Kiki-Killer. Warum ich immer so Kiki-Kill sage, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, dass es cool klingt. Klingt das cool? Ja. Kann ich dich einschätzen. Das machst du jetzt. Jetzt? Ja, jetzt. Och, Manu. Jetzt ist sie wieder da, das Scheißvieh. Ich habe jetzt in der Aufnahmepause die ganze Zeit versucht, die Fliege zu jagen, aber die war weg. Und jetzt nehme ich wieder auf. Und die Fliege sitzt nur noch an mir. Sie liebt dich. Wer nicht? Nein, Quatsch. Nein, so bin ich nicht. Sowas sage ich doch mal. So. Wie gesagt, das nächste Mal werde ich dann wahrscheinlich mit der nächsten Session mit Facecam mit anmachen. Weil es ist doch immer sehr ein stilles Spiel. Dann kriegt man trotzdem noch was von mir mit. Auch wenn man mal leise ist. Habe ich sozusagen eine Freikarte. Da hat man endlich wieder deine Brille gestaunt. Oh. Ich schätze auch gern nicht. Das ist okay. Okay, du kannst. Wenn alles grün ist, oder gelb, lila. Was redest du denn da? Er weiß, was ich meine. Oder er versteht zumindest. Alles grün ist oder lila? Ja. Ach, warte mal. Nee, du weißt nichts. Ich hab irgendwie das Gefühl, ihr habt mich gerade verarscht. Das Gefühl, ihr habt mich gerade verabgelingt. Warum sollten wir? Alter, wo seid ihr? Im Spiel. Bei mir ist Yellow. Wie ist es bei dir? Ja, grün. Okay. Immer noch Yellow. Alter, was redet ihr denn da? Hör doch mal auf mit dem Scheiß, was ihr da erzählt. Ich will auch solche Absprachen haben. Ja. Ha! Jetzt ist red, hä? Ist jetzt red? Hä? Ist jetzt red? Hä? Ist jetzt red? Hä? Ich glaube, ich hab eure Absprachen verstanden. Kann nicht sein. Yellow bedeutet, ich bin in der Nähe. Stimmt's? Stimmt's? Gibt's doch zu. Ich ziehe. Mach weiter. Okay. Halt doch mal die Fresse. Laber nicht so ein Quatsch. Hier kannst du nirgendwo dran ziehen. Gut, es ist Yellow. Okay, Green. Green. Gibt's doch nicht. Sehr schön. Das Problem ist ja immer, wenn man ja einschafft. Hallo, Baby! Sieht sehr killer das ja, ne? Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Einfach weitermachen. Gut, ich bin gerascht. Da ist einer nach dran. Okay. 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 Okay, er läuft bei mir rum. Mach Pause, mach Pause, mach Pause. Ja. Ja, Onkel. Ja, Onkel. Jetzt brauche ich da nix recht gucken. Okay? Okay. Zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Nein, 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 nein. Okay, zieh durch, okay? Okay? Du kannst dich mir am Arsch legen. Du versuchst uns kurz wieder zu verarschen. Hör auf damit. Ich guck sowieso hier rum. Okay. Quatsch, Onkel. Stürb doch jetzt nicht! Warte, ob du jetzt vor den Haken ganze Zeit stehst. Okay, zieh, 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 zieh. Ich mach Zeitspiel. Okay. Ja, Geier ist immer noch bei mir rum. Na klar, Geier ist bei dir rum. Ich bin die ganze Zeit mit dir. Ich bin immer noch bei ihm. Ich helfe dir immer ein bisschen. Ich bin immer noch bei ihm. Ich bin jetzt, ich laufe jetzt rechts von ihm sogar lang. Ich bin jetzt in einem Baum. Pass auf, ich verstecke mich jetzt in einem Baum. Und ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch da. Sack. Gut, das war es jetzt mal meinerseits. Ich gehe davon aus. Oh. Verdammt, 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 wo war das? Gut. Für dich zwei sind schon fast fertig. Hm. Jetzt musst du nur noch versuchen irgendwie einzuschaffen. Ja. Einzuschauen. Gut. Gut. Ach du soll ich auch selber. genau wo zum geier wo bist du ich komm dich zu holen komm was jammerst du denn hier rum wo bist du die luke wär jetzt gut guten tag süßes oder saures ja nein was jammerst du auch so laut und tja doch ich hab dich jammern gehört deswegen hab ich dich gefunden aber ich wüsste gar nicht sein ja das ist das problem anschrecken der killer hört das sofort wenn einer drin ist oder nicht kommt nochmal drauf an ob du vorher gejagt wurdest oder nicht ach ja sehr schöne runde zweimal meins so 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 so